Hallo liebe Schüler, das ist unser Fitnessprogramm für den Distanzunterricht für euch. Das Einzige, was ihr braucht als Material, ist ein Handtuch und eine rutschige Unterfläche. Geht ins Bad oder kommt auch in eine Küche, wo ein Laminat ist, sollte überall funktionieren, wo es ein bisschen rutschig ist. Wir haben sechs Übungen für euch rausgesucht. Eine Kreativübung, sollt ihr euch selber ausdenken. Wir werden uns erwärmen. Erst laufen auf der Stelle, dann Achterkreisen mit dem Handtuch. Und dann werden wir diese sechs Übungen plus eure Kreativübungen durchlaufen. Es soll zwei Runden sein und immer um die 20 Wiederholungen. Aber mehr gleich dazu im Video. Viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Maybe you're crazy Maybe we're crazy